Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Vollartee. Ich bin Chiara Corona, schönen Freitag. Ein Dornbenner Kindergartenkind ist jetzt an der bakteriellen Infektionskrankheit Tuberkulose erkrankt. Wie die VN heute berichten, soll sich das Kind bei den infizierten Rindern auf dem Hof der Eltern angesteckt haben. Wie ist die Krankheit behandelbar? Gesundheitslandesrat Christian Bernhard. Es ist beim Menschen in jedem Stadium immer behandelbar. Also man kann Gefährdung für die Umwelt hier sehr rasch beheben. Eine Umgebungsuntersuchung hat bereits begonnen. Personen, die regelmäßig mit dem Kind in Kontakt waren, müssen untersucht werden. Am Wochenende werden die Uhren wieder auf die Sommerzeit umgestellt. Erst vor ein paar Wochen wurde im EU-Parlament über die Abschaffung der Zeitumstellung abgestimmt. SPÖ-Parteichef Michael Ritsch vertritt dazu eine klare Meinung. Also ich bin für eine Abschaffung der Sommerzeit schon seit vielen Jahren. Ich glaube, die Zeit wäre reif, das jetzt endlich europäisch zu lösen. Diese Umstellung braucht wirklich niemand. Anderer Meinung ist hier Adi Groß von den Grünen. Er will die Sommerzeit erhalten. Heute beginnt der Architektenwettbewerb für das neue Lustenauer Reichshofstadion. Insgesamt 17 Architektenbüros haben bereits Pläne dafür entworfen. Bürgermeister Kurt Fischer rechnet noch am Abend mit einer Entscheidung. Ein wichtiger Faktor werden dabei die Flutlichtanlagen sein. Eine Nachbarin ist wegen den hellen Lichtern ja sogar bis vor Gericht gegangen. Und der Hof der Familie Katern in Götzis ist bald wieder bewohnbar. Der landwirtschaftliche Betrieb konnte bereits wieder aufgenommen werden. Knapp vor einem Jahr ist der Hof ja komplett abgebrannt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis Montag.